Ok Leute, ich bin von Sydney an die Sunshine Coast gereist und bin jetzt am Flughafen angekommen und habe mich hier bei Harrys in den Bus eingemietet für 30 Dollar und fahre jetzt zu meiner Unfallkunft. Ich chill jetzt drei Tage in einem Hostel, da glaube ich ganz chillig. Willkommen zu meiner Travel-Gruppe. Wir machen heute den Coastal Walk, der ist so richtig bekannt in Nutsa und weil es halt so krass Beaches und alles geht davon. Deshalb seid gespannt, was jetzt passiert. So Leute, ein Teil ist geschafft. Schaut euch das an. Sick. Jetzt muss ich da runter gehen, um da wieder hoch zu kommen. Es ist so nice hier. Sickadilly. Das ist ein Surfer. Hängen da runter. Untertitelung. BR 2018 Okay, willkommen zu den Famous Heracles. Da ist einer, da ist ein anderer, da ist ein Meer. Das ist die Szene. Das ist die Szene. Okay Leute, das ist glaube ich das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Check es aus. Auf diesem Beach sind drei Menschen. Fuck, dick, scheiße. Drei Menschen. Drei Menschen. Drei Menschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.